Welche Preise kannst du in deiner Recruiting Agentur abrufen? Was ist so Marktstandard von Recruiting Agenturen bei den Preisgestaltungen in Unternehmen? Das möchten wir heute mal klären. Ich möchte dir zeigen, wie ich in meiner eigenen Agentur die Preise formuliere, wie wir angefangen haben, was ich auch Anfängern empfehlen würde und wie man sich dann quasi in der Preisgestaltung seiner Recruiting Dienstleistung immer weiterentwickelt und dann nach und nach auch dem Kunden immer weiter entgegenkommt. Aber natürlich auch immer mehr Geld verdienen kann, denn das ist ja nun mal das oberste Ziel. Die Preisgestaltung sollte natürlich für beide Seiten lukrativ sein, aber eben vor allem auch für dich, weil wenn du eine gute Dienstleistung erbringen kannst, dann solltest du auch viel Geld vernehmen. Also heute zeige ich dir mal, wie du deine Recruiting Dienstleistung bepreisen kannst, wie du anfangen solltest, wie du weitermachen kannst und wo du am Ende quasi landen kannst. Ich habe vor über drei Jahren meine zweite Agentur gegründet und das ist eben die karriereschritt.de. Das ist meine Recruiting Agentur, also kann ich relativ gut berichten, was hier an Preismodellen möglich ist, was Kunden gut finden, was Kunden vielleicht nicht so gut finden. Kannst du gerne anschauen, ist eine öffentliche Agentur, bin ich nach wie vor Geschäftsführer von und deswegen bin ich ein ganz guter Ansprechpartner, wenn es auch um das Thema Recruiting Agentur geht. Und eine ganz kurze Eigenwerbung, ich bilde übrigens auch Agenturinhaber aus. Das heißt, wenn du jetzt oder nach dem Video sagst, ich möchte eine eigene Recruiting Agentur gründen, denn das hört sich doch schön lukrativ an, dann lass uns einfach mal miteinander sprechen, denn ich habe ein Programm und zwar die Agenturausbildung. Den Link dazu lasse ich dir in der Videobeschreibung drin, da siehst du nämlich quasi hier einfach nur diese Seite, da kannst du dir einfach mal kostenlos die Agenturausbildung reservieren. Wir sprechen dann miteinander und finden mal heraus, ob das Thema Agenturmodell für dich etwas ist. Muss übrigens nicht nur eine Recruiting Agentur sein, kann auch was anderes sein, aber wie gesagt, alle Marketing Agenturmodelle habe ich so ziemlich in den letzten Jahren selber gegründet oder eben mitgegründet bei anderen Unternehmen oder bei anderen Coaching Teilnehmern. Von daher, Link in der Videobeschreibung ist direkt der erste Link. Trag dich mal ein, wenn du eine Agentur gründen möchtest, können wir vielleicht demnächst zusammenarbeiten. Jetzt aber zurück zum Thema und wir klären die Frage, wie fängst du an mit der Bepreisung der Dienstleistungen Recruiting? Erstmal natürlich nochmal das Potenzial, möchte ich jetzt gar nicht so drauf groß drauf eingehen, aber natürlich Recruiting, Personalgewinnung für Unternehmen ist eine der lukrativsten Dienstleistungen überhaupt, weil es immer noch einfach ein riesiges Potenzial gibt, eine riesige Nachfrage im Markt. Deswegen bitte niemals irgendwie der Illusion verfallen, es gibt zu viele Recruiting Agenturen, es gibt schon zu viele Anbieter, der Markt ist übersättigt. Wirklich, wenn ich euch eins als eigene Erfahrung mit meiner eigenen Agentur sagen kann und bei Coaching Teilnehmern, es gibt keinen satten Markt in diesem Bereich, es gibt im Gegenteil noch viel zu wenige gute Dienstleister, die den ganzen Markt abdecken können. Auch wir selber können nur einen gewissen Prozentteil des Marktes abdecken. Von daher, es ist so viel Potenzial da, geht rein, lasst euch nicht bremsen durch Leute oder durch eigene Gedanken von wegen, dass irgendwas nicht funktioniert, stimmt nicht. Kann ich euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. So, also Potenzial ist ganz viel da. Wie kannst du aber jetzt anfangen, wie kannst du jetzt Preise abrufen für Dienstleistungen wie der Personalgewinnung, wenn du noch komplett am Anfang stehst und vielleicht noch keine Referenzen hast, gerade frisch gegründet hast und gerade erst mit deiner Agentur starten möchtest? Wenn du ganz am Anfang stehst, geht es eigentlich immer darum, dass du erstmal Rezensionen und Referenzen aufbaust. Am Anfang geht es nicht darum, Geld zu verdienen, auch wenn das ein bisschen komisch klingt, aber in den ersten zwei, drei Kunden geht es wirklich erstmal nur darum, die Kunden aufzubauen als Leistungsnachweis. Deswegen kannst du in den ersten zwei, drei Kunden auch erstmal auf Geld sogar verzichten oder nur erfolgsbasiert arbeiten. Und das würde ich auch wirklich jedem Anfänger erstmal empfehlen, dass man erstmal an Unternehmen rangeht und sagt, hey, ich kann das hier. Ich habe mir in den letzten Wochen, Monaten, Jahren eben die Dienstleistung X, zum Beispiel Recruiting, beigebracht. Und ich möchte dir jetzt, lieber Kunden, diese Dienstleistung einfach schenken und dann kannst du mir dafür eine Rezension geben. Das heißt, du wirst etwas komplett kostenlos für ihn machen. Du erwartest nur als Gegenleistung eine öffentliche, schriftliche und im besten Fall auch noch in Videoform Rezension und Bewertung von ihm, die du dann eben auf deine Webseite einbinden kannst. Denn diese Bewertungen, diese Rezensionen, die werden dann der Game Changer sein im Bereich Vertrieb. Wenn du nämlich nach diesen Testkunden anfangen möchtest, Geld für deine Dienstleistung zu nehmen, dann kannst du im Vertrieb mit diesen Arbeitsnachweisen, mit diesen Referenzen werben. Und Unternehmen bezahlen dir dann vor allem gerne Geld, wenn sie sehen, dass du auch das kannst, was du versprichst, in Form von als Beweis dieser Projekte, die du bereits abgeschlossen hast. Also, ganz wichtig, am Anfang kannst du entweder kostenlos arbeiten oder erfolgsbasiert. Was heißt erfolgsbasiert? Zum Beispiel kannst du auf Unternehmen zugehen und sagen, hey, ich Dienstleiste jetzt, du stellst dein Werbebudget, Werbebudget übrigens müssen immer der Kunde stellen, auch in Testprojekten. Das heißt, du gehst an die Ranne und sagst, hey, ich Dienstleiste, sagen wir mal, einen Monat für euch und versuche, euch das Personal zu finden, das ihr sucht. Ihr bezahlt mich nur, wenn ich das auch geschafft habe. Dann kannst du sogar nicht nur kostenlos am Anfang arbeiten, sondern du sagst einfach, hey, ihr bezahlt mich nur dann, wenn ich auch Erfolg hatte. Plus, natürlich, ganz wichtig, die Referenz muss ausgestellt werden. So würde ich als Anfänger arbeiten. Das ist der beste und entspannteste Einstieg, auch für jemanden, der noch gar keine Agenturerfahrung hat, noch nichts vorweisen kann. Glaubt mir, die Unternehmen werden das machen. So, und wenn du dann eben diese Referenzen aufgebaut hast, du hast ein bisschen Erfahrung gesammelt, du hast schon deine ersten Kunden bedient, dann geht es jetzt ins Geldverdienen. Der wichtigste Skill übrigens ist hier der Thema Vertrieb, denn Vertrieb ist der Hauptgrund, warum Agenturen scheitern, gerade in ihren ersten ein bis drei Jahren Gründungen, weil sie es nicht schaffen, verlässlich Strategien aufzubauen, um neue Kunden zu gewinnen. Und das geht nun mal eben durch Vertrieb. Das heißt, du hast immer deine Akquise, du hast deine Gespräche und du hast deine Verkaufsgespräche. Und das musst du einfach richtig gut drauf haben. Diese drei Aspekte. Wenn du das nicht kannst, wirst du Probleme haben, weil wenn du nicht durchgehend jede Woche mit neuen Kontakten, mit neuen potenziellen Kunden sprichst, gehst du unter. So, das ist aber ein anderes Thema für ein anderes Video. Da gehe ich auf den Vertrieb auch gerne nochmal genau ein. So, jetzt ist aber die Frage, wenn du deine Testkunden aufgebaut hast und du möchtest jetzt auch Kunden aufbauen, die dir Geld zahlen, wie kannst du hier Preise nehmen? Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Vergütungsmodelle. Und eigentlich auch hier wieder im klassischen Agentursinne unterscheiden wir mal zwischen A, Projektpreis und B, Retainer-Geschäft, also monatliche Vergütungen. Projektpreis, fangen wir mal damit an. Bei einem Projektpreis bestimmst du die Dauer des Projektes, sagen wir zum Beispiel ein, zwei, drei Monate. Und dann sagst du, okay, in den drei Monaten erbringe ich dir Leistung X, lieber Kunde, zu Projektpreis Y. So, das heißt also, da legst du eine gewisse Schwelle fest, wie lange du brauchst, um auch erfolgreich eben zu Dienst leisten, um Erfolge vorweisen zu können. Im Recruiting bedeutet das zum Beispiel, dass du sagst, hey, ich arbeite drei Monate für dich. In diesen drei Monaten generiere ich so viele Bewerbungen, wie du nur möchtest. Dann kannst du auch so viele Einstellungen tätigen aus diesen Bewerbungen, wie du möchtest, weil ich dir, lieber Kunde, ein gesamtes Bewerberprofil, einen gesamten Bewerberpool zur Verfügung stelle. Und du kannst eben dann da die besten Goldnuggets rausfischen. Und in den drei Monaten hast du dann so viele Bewerbungen generiert, dass du auf jeden Fall auch deine Stelle besetzt hast. Deswegen in diesen drei Monaten nehme ich Dienstleistungshonorar X und du musst dazu zusätzlich eben auch noch Marketinghonorar Y zahlen. Das ist immer die erste Variante und auch die Variante, die für dich am einfachsten ist, am Anfang umzusetzen, gerade bei Unternehmen, die ein gewisses Profil haben. Ich erzähle dir jetzt auch ganz genau, bei welchen Unternehmen diese Projektpreisbepreisung am sinnvollsten ist. Und zwar ist es meistens der Fall, wenn du entweder am Anfang eines Projektes bist oder generell bei Unternehmen, die etwas kleiner sind. Ein Unternehmen, das zum Beispiel nur eine Stelle zu besetzen hat und das vielleicht einmal im Jahr, vielleicht maximal zweimal im Jahr, da macht es Sinn, auf Projektbeißbasis zu arbeiten, weil die wollen eine Stelle besetzen, ihr arbeitet in einem gewissen Zeitraum zusammen, du besetzt im besten Fall die Stelle und gut ist. Da sind diese Projektpreise dann immer sinnvoll und gut. So, das heißt also, kleinere Unternehmen, sei es Handwerksunternehmen, Pflegeunternehmen, Dienstleistungsunternehmen, whatever, die, die immer so eine Stelle mal besetzen möchten, da rechnest du auf Projektbasis ab. Ich würde dir raten, mach auch die Laufzeit nicht immer nur einen Monat, sondern lass dir auch selber ein bisschen Zeit, weil wenn du dann eben Social Recruiting Ads zum Beispiel schaltest, die brauchen ja auch ein bisschen, bis sie lernen, bis sie performen, bis du deinen Funnel und deinen Bewerberseiten angepasst hast. Deswegen räum dir öfter mal gerne ein bisschen Zeit ein. Wir zum Beispiel haben angefangen mit drei Monaten. Drei Monate Dienstleistung, kannst du auch vier Monate machen und dann eben, wie gesagt, sagen, dem Kunden in Aussicht stellen. Dann hast du so viele Bewerber generiert, dass du deine Stelle auch besetzt kriegst. So, was kannst du jetzt aber auch wirklich effektiv da an Summe nehmen? Ich würde dir raten, nehme hier irgendwas, mal mindestens zwischen 3.000 bis 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro Budget. Das ist im Prinzip eine ganz, ganz gängige Vergütungsvariante. Generell würde ich dir raten, auf monatlicher Basis geh niemals in einem Retainer-Geschäft unter 1.000 Euro pro Monat. Wenn du auf monatlicher Basis abrechnest unter 1.000 Euro und dann kannst du es ja auf die drei Monate hochrechnen, Projektbasis, dann hast du mal Minimum, möchtest du in drei Monaten 3.000 Euro an dem Kunden verdienen. Aber sei dir auch gesagt, im Recruiting kannst du deutlich, deutlich höhere Preise nehmen. Deswegen geht er auf jeden Fall hoch. Wir sind eingestiegen mit 5.000, 6.000 Euro für drei Monate. Und dann, immer noch nicht vergessen, es kommt ja noch das Marketing-Budget für den Kunden auch oben drauf. Denn natürlich zahlst nicht du das Honorar für Facebook oder Co., wo du eben die Werbeanzeigen schaltest, sondern das musst du der Kunde zahlen. Das heißt, du musst dir mal überlegen, wie viel möchtest du verdienen und wie viel brauchst du an Werbebudget. Wie viel Werbebudget du brauchst, das ist nochmal ein Thema wieder auf ein anderes Video. Auch das werde ich dir dann hier verlinken, wenn es erscheint. Aber wichtig sei mal schon mal gesagt, du stellst nicht das Werbebudget für den Kunden. Das macht der Kunde extra. Und deswegen musst du jetzt bei der Bepreisung darüber nachdenken, wie viel möchtest du haben. Und du möchtest mal mindestens 1.000 Euro haben pro Monat für deine Dienstleistung. Das rechnest du dann eben auf die Dienstleistungszeit hoch, zum Beispiel drei Monate. Dann möchtest du mal mindestens 3.000 Euro haben. Ich würde sagen, da kannst du etwas als Doppelte schon nehmen. Das heißt, du möchtest mal mindestens 6.000 Euro haben. Und dann brauchst du noch Werbebudget, das dann der Kunde oben drauf packt. Aber das ist mal so eine grobe Richtwert, auch am Anfang. So, und dann gibt es noch das reine Retainer-Geschäft, also die Vergütung pro Monat. Das wendest du jetzt im Gegenteil dann an, wenn der Kunde größer ist. Wenn das ein Unternehmen ist, das ganz viele offene Stellen ausgeschrieben hat. Und wo du eben sagst, okay, wenn ich mich hier beweise, dass ich diesem Unternehmen die Personalstellen besetzen kann, dann werden die mit mir weiter zusammenarbeiten. Dann kann ich nach und nach alle diese Stellen besetzen. So, und dann bist du natürlich schnell, wenn du sagst, bei Unternehmen, das gibt die großen Industrieunternehmen, die mal eben 10, 20, 30 offene Stellen gleichzeitig haben. Wenn die merken, ey, der kann mir die Stellen besetzen, dann wollen die, dass du das alles machst. Und natürlich kannst du nicht innerhalb von 2, 3 Monaten mal eben 20, 30 Stellen alle besetzt haben. Das wäre ganz schön heftig in der Dienstleistung. Dann wirst du nämlich sehr, sehr viele Kampagnenauto parallel laufen lassen. Und da wirst du wahrscheinlich die Qualität nicht so hinkriegen. Deswegen sagst du, okay, wir machen das nach und nach, Schritt für Schritt besetzen wir diese Stellen. Und deswegen machen wir einfach ein monatliches Dienstleistungshonorar aus. Das ist ein Fixum, das ich nehme für diese Dienstleistung. Und auch hier wieder, Minimum mal 1.000 Euro pro Monat. Aber glauben wir, wenn du in dem Bereich bei solchen Größen- und Industrieunternehmen etabliert bist und monatlich abrechnen kannst, weil die wissen, du kannst deren Stellen besetzen, nehmen hier bitte deutlich, deutlich mehr Geld. Nehmen hier irgendwas zwischen 2.000 bis 3.000 Euro auf jeden Fall mindestens. Und das Werbebudget, auch hier wieder, kommt noch oben drauf für den Kunden. Das ist hier nicht mit einem berechnet. Denn das sind große Unternehmen. Das mag nach viel Geld klingen für dich. Ich weiß, das ist gerade am Anfang in der Gründungsphase erstmal komisch zu sehen. So was zu hören, solche Summen. Glaube mir, es ist nicht viel Geld in diesem Bereich. Natürlich ist es viel Geld, aber für diese Unternehmen in Relation sind das keine großen Ausgaben. Denn überlegt mal, was für Bruttogehälter ein Unternehmen an Angestellte zahlen muss. Was ein Angestellter ein Unternehmen kostet mit den ganzen Sozialabgaben und Co. Deswegen sind 2.000, 3.000 Euro netto Dienstleistungshonorar an Agenturpartner, der Stellen besetzt, wirklich keine Summe, die dir irgendwie schwach werden lässt. Also hier kannst du auf jeden Fall Retainer-Geschäft pro Monat nehmen. Das heißt, du kannst mehrere Monate, wenn nicht sogar mehrere Jahre mit einem Kunden in dem Bereich zusammenarbeiten, der dir konstant jeden Monat irgendwas zwischen 1.000 und 3.000 Euro zahlen kann. Kannst auch noch sogar noch weiter nach oben gehen, je nachdem, was für ein Unternehmen das ist. Übrigens einsteigen, wenn du eben dich beweisen musst bei so einem Kunden und erstmal sagst, okay, wir nehmen uns erstmal eine Stelle raus oder zwei Stellen raus und wenn ich die besetzt kriege, dann seht ihr, dass ich das kann und dann können wir eben auf monatlicher Basis zusammenarbeiten. Dann kannst du erstmal mit einem Projektgeschäft anfangen, wie wir es eben hatten und wenn die dann sehen, dass du es geschafft hast, dann kannst du mit denen gemeinsam in eine monatliche Zusammenarbeit gehen mit dem Argument auch, hey, das ist für euch sogar noch günstiger. Das finden die nämlich wunderbar und gleichzeitig hast du aber eben eine monatliche, eine verlässliche Einnahmequelle durch diesen Kunden und so bepreist du Dienstleistungen in diesem Bereich. Du siehst eigentlich relativ einfach, aber es ist natürlich super schwierig, wenn man gar keine Ahnung hat, wie man das Ganze angehen soll. Es gibt auch wenig Informationen da draußen, das stimmt schon auch hier auf YouTube, höre ich keinen, nicht so wirklich konkret über die Bepreisung in diesem Dienstleistungsbereich reden. Da ich selber seit Jahren eben marktätig bin mit meiner Agentur und selber viele Recruitingagenturen selber auch ausbilde, kann ich dir einfach mal ganz transparent, ganz nüchtern die Preisbegefüge hier nennen. Ich glaube, du hast gemerkt, da ist ganz schön viel Potenzial drin. Wenn du da ein paar Kunden im Monat neu abschließt, dann kannst du dir da ganz schön große Dienstleistungssummen aufbauen und deswegen ist es auch super lukrativ. Wenn du jetzt sagst, ich habe Lust, sowas zu gründen, ich habe Lust, solche Preise abzurufen, ich möchte lernen, wie ich dafür Kunden gewinne und wie ich eine Agentur im Social Recruiting aufbaue, wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung zu meiner Agenturausbildung. Ich glaube, dann ist das genau das Richtige für dich und dann wirst du sehen können, dass wir innerhalb von drei Monaten dich zu einem Inhaber im Bereich Agentur aufbauen, wo du eben diese Summen auch abrufen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gerne Daumen nach oben, um das zu zeigen. Abonnieren, wenn du noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos zum Thema Agentur.